Psychologische Operation ist im Prinzip, wenn was durchgeführt wird, was den öffentlichen Diskurs prägen soll und in eine ganz bestimmte Richtung führen soll. Also klassisches Paradebeispiel, Sturm auf dem Reichstag. Sturm auf dem Reichstag war eine Psy-Op-Wie aus dem Bilderbuch, weil du hattest ein Event geschaffen im öffentlichen Raum, was eine Bewegung, die vorher eher neutral oder wir wissen es noch nicht so genau gelesen wurde, ein bisschen verspinnert, ein paar Esos laufen damit. Die wurde auf einmal als rechtsradikal und reichsbürgernah gelesen und natürlich demokratiefeindlich, weil du dieses ganz starke Symbol hattest, der Sturm auf den Reichstag, der Angriff auf die Demokratie.